Guten Tag, ich bin Ralf Haßfurt, Moderator und Berater für alle Themen der internen und externen Business-Kommunikation. Mit dem Blick auf Kostenreduzierung und Effizienzsteigerung, die im Fokus von Unternehmen und Verbänden stehen, moderiere ich erfolgreich ihre Seminare und Workshops bzw. ihre Meetings mit Vorstand, Kollegen, Kunden oder Lieferanten. Dabei ist es mein Ziel, alle involvierten Personen Gewinn bringt, motivierend und wertschätzend einzubinden, um ihre im Vorfeld mit mir abgesprochenen Aufgaben und Fragestellungen umfassend zu erfüllen. Mit direkter Ansprache und transparenten Informationen adressiere ich ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezielt und binde sie so in die Themen und Prozesse ihrer Organisation ein. Wichtig ist es mir, die Ergebnisse der Veranstaltung zu sichern, sodass sie an das Erarbeitete anknüpfen und effektiv ihre Arbeit darauf anrufbauen können. Die digitale Transformation und deren Wirkung treibt unsere Gesellschaft an. Daher spreche und berate ich zu den Herausforderungen und Themen rund um Technologie und Arbeitsprozesse der Industrie 4.0. Ich setze Impulse und designe Workshops, um die digitale Kompetenz in ihrem Unternehmen auszubauen und zu stärken. Mit ihnen gemeinsam forme ich neue Arbeitsabläufe und definiere ihre digitale Strategie. Das umschließt die Vorarbeiten für ERP-Systeme und MES-Einführungen sowie die Entwicklung von Produkten für Smart Home und das Internet der Dinge. Vielleicht gestalten Sie in meinem Workshop Ihre neuen, digital gestützten Geschäftsmodelle und können so Ihre bestehenden Märkte besser bedienen und neue erobern. Klarheit finden, konsequent handeln, erfolgreiche Werte schaffen. Meine Workshop-Moderationen dient dem Auffinden, Erkennen und Definieren einer gemeinsamen Arbeitsbasis für Ihre erfolgreiche interne und externe Kommunikation. Von Werten und Zielen geleitet, ausgerichtet an Ihren Alleinstellungsmerkmalen, wird Ihre Marke klar erkennbar im Markt. Dafür biete ich Ihnen erfolgreiche Tools aus der Strategieentwicklung. Kennen Sie das auch, dass aus Problemen Konflikte werden? Ob im Unternehmen oder im Umfeld mit Lieferanten und Partnern. Sie kosten unwiederbringlich viel Zeit und Geld. Mit mindestens 30.000 Euro je Monat bezilfert eine Studie der KPMG den Schaden, den drei bis fünftigen Konflikt befindenden Personen Ihrem Unternehmen zufügen. Damit sie wieder miteinander reden und erfolgreiche Werte schaffen, dient meine Konfliktmoderation dem Abbau der Konfliktursachen und damit der Wiederherstellung einer gemeinsamen Arbeitsbasis. Ist die Kommunikation wieder hergestellt, fließen Informationen und die Arbeit wird motiviert und wertschätzend ausgeführt. Gemeinsam werden Erfolge generiert. Energie und Ressourcen werden wieder effizient eingesetzt. Wie heißen Ihre aktuellen Herausforderungen? Ich schlage vor, wir starten gemeinsam dort, wo Sie heute stehen. Anfragen und Aufträge bearbeite ich mit Diskretion. Unter www.hassbord.de finden Sie alle meine Themen noch einmal ausführlich beschrieben. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.hassbord.de